damit tippt du beruf des wahnsinns fette beute habe ich hier dieses leibchen an da ist das alles also mehr ist also das hier das ist das was wir gemeinhin den strampelanzug nennen ja und so muss ich ob ich will grüner ich gucke gerade mal ob es flüssig läuft da sieht es glaube ich ganz gut aus hallo hans schön dass dann jetzt starten oder was ja mache ich bleibe noch im haus moment was hast du für eine jacke an ich will auch so eine jacke sie ist noch nicht mal da bist du schon gejoint ich liege im sarg da kommt ein vögelchen das ist der sogenannte pleite ja gut sie dann bist du da ja ja gerade sie mal bitte in unsere das ist das da in unsere dinge ja hallo gute ein wunderschönen guten abend so wenn du hast du hast den stream an manu ja dort bei 11 14 sind wir zu finden 11.14 und woher weiß ich wo 11.14 ist ja du musst das mal gucken wo du bist die karte kann so aufrufen mit m ja wo sehe ich wo ich bin ja da wo dein roter pfeil ist ja warte mal wirklich erkennen kann ich das jetzt aber nicht da musst du mal ein bisschen laufen dass du die ja ja also ich sehe hier ein gemeint erst mal ganz wie muss ich das annehmen mit der gilde da es geht rücken benachrichtigungen glaube ich bilde genau edit oder was auch eine einladung der gilde ist das das irgendwas hat mit worte kann zu tun ich habe hier nicht ich habe hier nur also benachrichtigungen da steht auch nur einladung der bilder ja ja sozial aus bei sozial noch mal zurück sozial sozial okay und dann steht der ausstehende einladung glaube ich dann musst du jetzt hier ok da müsstest du jetzt dann in unserer gilde sein glaub schon manu gibt nichts was es war du gibt nichts ist der nachname so ja 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 kann ich jetzt nicht auf der karte sehen wo ihr seid oder nicht wirklich nie es ist das kindes essen wie war das man konnte sich doch in der gruppe zusammenschließen ja ja neben der gilde aber wenn du jetzt ein stückchen läuft sondern noch mal auf die karte guckst müsstest du irgendwann noch mal die koordinaten aber unten müsstest du eigentlich die koordinaten sehen 1 x 1.4 y 1.1 ja das ist ja unsere ja das ist ein bisschen nicht sehr weit ich habe noch nicht so genau wie man die nach mal bitte die karte auf bei dir und zeig mir mal du bist der rote pfeil da bin der rote pfeil ja und was ist das rote kreuz an der mitte ist dass die mitte die mitte form von der karte ja okay und ihr seid wo hier sehe ich jetzt eine zahl aber die ist noch 11.14 mich ja hier jetzt muss hier in der nähe sein deswegen sagt in hier irgendwo siehst du sie sehr kleiner tümpel der an einfluss dran ist das denn fährt hatte wert du hast noch kein rote du hast doch kein 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 denkst was ist ein lasso hier ist das ist und hier hatte noch stehen ein ding ich weiß wo du bist scharf habe ich da vorne gesehen glaube ich hatte mal ich nehme das pferd rosinante war nicht meins 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 hier ist irgendwo irgendwas ist ja irgendwas das ist das ja das ist holz ja das stimmt das ist ja hier ist ein pferd auf jeden fall weißes das kannst du schon kannst du schon mal sehen es war doch kein er ist kein pferd das was ist das weiße bolle hatte mal weiß man wollen den habe ich hören auch gesehen oder also und wollen es aus scharf was kannst du denn für eine zahl erkennen warte mal ein bisschen hier damit das ein bisschen mehr offen ist weil dann kann ich das besser sehen ja hier ist ein interessanter stein was ist das schon der sieht so mit gelb durchzogen hier sieht aus dem rosenquartz irgendwie oder oder rosenquartz ist es die da das ist salz dann ist das salz ja ja hier ist auf jeden fall noch hier ist ein richtiges pferd weißes pferd mit schwarzem kopf und schwarzes schwanz und schwarze beine nur der körper ist weiß siehst du schon eine zahl hatte allerdings 11.14 11.14 genau mittig also auf der karte jetzt bin sie auf der karte ja da an dem sie sind wir ja ich glaube ich hab's moment muss man drehen ich versuche sie irgendwo zu erspähen aber das ist nicht einfach ist natürlich auch wie immer nacht da ja bei mir schon ein bisschen hell ist jetzt nicht so dass hier stocke duster ist wieso räuspert die sich die muss was zu trinken habe ich muss mal kurz tauchen also hunger ist man hier wir haben ja schönes gegrillte zeug eigentlich in unserem in unserem bei mir stimmt die anzeige nicht oder das sind glaube ich wölfe drei wölfe sind hier jemand warum warum stimmt da ist ein trutan ich habe einen hackeball kann ich ihn hauen nein trutan da haben hätte guter lustig du wirst die nicht kriegen aber wölfe solltest du dich fernhalten aber warum steht stimmt mein dach mein durst mein durst geht nicht hoch jemand weiß ich nicht kann man gar nicht schauen also ich konnte den jetzt nicht auf die map gucken naja ich bin fast also ich ran drauf zu denkt dran keine wölfe keine banditen da ich sehe dich und ich sehe dich auch jetzt kann man das damit umhauen was hast du dir nachts gekrottet ja das zu dem thema ich kann nichts und ich weiß nix jetzt guck mich einfach mal an tipptuck manu gibt nichts nix wieso bist du so klein und dann in die richtung mit der maus wie du reiten willst das cool schnell wie schnell laufen und springen mit der escape mit mit space fehlt nur schon das tippe wurde weg gefunden das traue ich dir auch noch zu das ist das problem wie hast du denn also hier den holzdings stammen wie macht man den klein guck doch mal in dein inventar du hast jetzt das schon klein ach so ich denke mal stein baut man mit der mit dieser spitzhacke ab ja ich habe schon wir haben wir können schon eine eisen machen also du musst jetzt nicht mit der stein arbeiten natürlich soll sie sich gefährt selber fangen ja ich brauche nur noch so ja hier kann ich auch selber machen machen und namens am rad am spinnenrad glaube ich ach so nicht im inventar oder nein oder doch momentan hatte erstellen wenn der soja du hast inventar und daneben steht das wort herstellen ja das weiß ich hab ja gerade wollte da steht ich hab das war ja dafür brauche ich zehn seile aber ich verstehe nicht warum ich verdurste bringt doch mit zwei und zwei mal am brunnen bei uns meinst du jetzt bin ich voll ok ist sie schon hier ja ich nieder eine großmutter aber die spielt heute nicht mit ich bin noch nicht ich bin noch hier so hatten wir gerade gelesen aber seile kann man nicht im inventar herstellen ich versuche ein faser wie kriegt man die hier diese solche wo bist du auch schon wieder wolf oder jemand wolf kann man kann man hier bitte hier diese zum beispiel gehen auch hier sind solche büsche wenn du jetzt mal ran gehst mit weißem punkt siehst du dass sie sich gelb umranden ja das sind bärensträucher meistens kriegst du da auch faser mit das sind so feige wenn die einmal was gekriegt haben dann hauen die ab okay so ich guck mal was für noch an das war's tipptipp geht sich ein pferd suchen bis morgen dann ich war aber noch eine andere haa farbe mit meinen haa farben ja das wirst du später machen können dann aber du kannst mal hast du jetzt schon lasso fertig nee ich muss ja erst mal ein bisschen diese hier geht diese hier gehen noch beide sorten das sind zwei verschiedene sorten genau das müsstest du irgendwann den blick dafür welchen muss hier sind irgendwelche seeds 18 bären 10 wollen werden das dazu blackberry das kann ja moni das war ollie hat geklurrt warum knurrt er und hier trinkt man oder wie ja du kannst aber auch hier im brunnen trinken hier ist der brunnen wenn du eh gedrückt hältst seien nein ehemann du gibst dir nicht das gewähr wieso hast du eigentlich einen lilanen strampelanzug an oh ehemann hat schon hosen an du guck dir das mal an du gib mir deine hose was heißt denn eh zum interagieren kann ich dir was tun du kannst dir was geben ja du kannst ich will die hose oder das hemmt ich bezahlen blei hast du lassen jetzt fertig ist in arbeit hat einmal nicht in seile haben ich bin jetzt hier ist in arbeit ich wollte gerade dein pferd verschenken ja mann aber die büsche sind schon wieder da ich schnell der respawn von den büschen ist was das für ein geräusch ich habe hier punkte ich würde dir in gesundheit erst mal setzen so jetzt machen wir ein lasso oh guck mal lila schmetterling so kann man auch essen kann man auch essen du kannst erst mal bären essen du hast ja eh gerade gepflückt waren so lasso hast du fertig ja nix die unten auf dem item slot habe ich schon ja wie ist man denn das ja drauf klicken rechte maus sagt okay ja ja gut da wird so viel zu meins nehmen ne muss oder ja aber es ist erstmal gucken hier als muss noch gucken wo wie macht man denn hier das und mal seil was ich brauche noch mal so ein paar pasern ich brauche mal ein bogen hier irgendwas schießen können oder ja genau schießt das erst mal das wichtigste ja gut da brauche ich ja nicht mehr warten ich habe auch schon wolf die ja also ich habe ein ein habe ich schon dann kann ich ja jetzt erstmal losgehen ja und wenn ich einen bogen hab dann dann können wir ja mal gucken oder ich guck mal nach bullen oder sowas habe ich gesagt ich kann zu streicheln was ist denn das kleine nach dem tier bleiben stehen das kann ich ja bestimmt essen was das gibt es hier füchse hier gibt es alles mögliche an die tier kann nicht so genau erkennen dass es das war er der blut nix büffel nummer uno ja wir brauchen auch leder habe ich gekriegt ja sehr schön aber der hat auch gefressen er hat acht kugeln gefressen acht kugeln hast du eine wache ja ein revolver ja ach so aber jetzt habe ich keine kugel mehr nur noch vier stück ist das hier kohle kohle näherung schwefel kohle schwefel salz brauchen wir ganz dringend weil wir sonst mit dem mit der munition so ein bisschen bist du zu hause ehemann ich bin gerade in eure richtung auch mit unterwegs hat man hier so gewichtsprobleme oder ja aber nicht so wirklich wie bei arg gucken ob ich hier irgendwo ein pferdchen finde dass wir das ein bisschen abkürzen die ganze situation vorhin hatte ich ein pferd gesehen aber das wird wahrscheinlich hier nicht mehr sein das macht man muss steigen manu studiert das ja das ist natürlich aber auch nicht verkehrt wenn man sich schon mal so ein bisschen übersicht hat was man so alles was er kann hier sehr schön ja habe ich gesehen so was ist das hier baumwolle brauchen wir auch außer hilfe der frist ganz schön viel ja aber es noch noch geht es so das war meine letzte kugel der hat ja reichlich eingesteckt ich habe keine pfeile mehr scheiße das ist nicht gut jemand muss die schießen ach der ist noch nicht tot nein jetzt ist der tod er sinkt nieder so müssen wir mal pfeile machen mensch ja ja noch mal 14 mal wieder sehr schön was fehlt mir denn holz das kriegen ja schnell an der treu ist na wie weit bist du manu ich habe mir jetzt an sich nur einen stunden anbogen gemacht ja macht ihr ein minimum 20 pfeile man muss ja auch noch zeug was ist denn satt gewesen man muss in den tag kann hans brauchst du schon wieder der arme hans neun ach so das steht es mit dem gewicht ja okay ich habe ja alles möglich im inventar ja wir haben da nachher irgendwie eine lagerkiste wo wir alles reinschmeißen ich glaube ich habe pferd gefunden ist ein weißes und rutan ja gut da habe ich eben auch gefunden und eine hyena also alles was man so braucht ja die frage ist jetzt will manu dieses pferd haben zumindest für den übergang bis sie was besseres hat hier sind sogar zwei pferde ich sag mal zweifelsfall ist ein pferd gerade immer besser als kein pferd ja wo bist du ich bin in der nähe von unserem zahl ich muss erst noch nicht leer machen ich bin voll mit das macht nichts kommt du hast ja gleich ein pferd ich schütze dich ich reite auch langsam aber nachher machen und schöne satteln ja erst mal erst mal was ist das da hinten der bär ja den sollten wir auch ein bisschen aus dem weg gehen mit feilen ist bär nicht so der bringer da ist zum beispiel ein pferd ja und das andere war dahinter weiter gleich mal wie sie es noch erst mal 1 wir können das nachher verkaufen das wird ja nicht getötet das können wir nachher verkaufen welche trotzdem mal mal gucken sie ist ja da nicht viel das ist das ist wer tut doch nichts genau das ist ja guck mal da sind wirklich ganz viele drei stelle ja ja dieses ganze streichen die streichen stopp stopp kommt zurück dreh dich mal um siehst du da hinten ein mensch laufen oder menschen moment ja von denen solltest du dich auch was hast du denn da schönes dachs war nur nicht da hinten hinlaufen da sind drehst du dich auch da ja ich sehe da von denen sollten wir uns noch fern halten wir sind da noch nicht so wirklich gut ja wohl doch erst mal dieses pferd nehmen hier ist doch jetzt egal die macht es ne wenn du tot bist dann